jetzt haben wir nur noch eine banane ja sieht ganz so aus wie wollen wir es machen hochwerfen noch wie sie zeigt wenn sie unten angekommen ist der bekommt sie wenn sie einer ganz bekommt könnte er länger überleben oder einfach in der mitte teilen am ende werden wir sowieso beide sterben wenn das die letzte banane ist ja das klingt sinnig wieso sind wir im laufe der jahre eigentlich nie auf die idee gekommen von dieser insel weg zu kommen was hätten wir denn tun sollen ein floß bauen weißt du denn wie das geht und wir haben doch nicht mal werkzeug man hätte aber zumindest darüber nachdenken können irgendwie hier weg zu kommen jetzt ist es zu spät unser baum ist am ende kommen nicht irgendwann neue bananen bestimmt aber können wir so lange abwarten was hätte uns auf das losgebracht es ist ja im umkreis nicht ein einziges ufer zu sehen sage mal wieso haben wir uns eigentlich nie die köpfe eingeschlagen im kampf um die bananen einer alleine hätte doch länger überleben können als wir beide zusammen und man hätte ja noch das fleisch vom anderen gehabt ich denke mal weil wenn einer von uns dann vor dem anderen weg gewesen wäre dass sich der andere dann alleine hätte langweilen müssen ich glaube das wollte keiner von uns und außerdem wir sind ja zivilisiert